Ernährung im Fokus, Rob Greenfield beim Stadtteilfest in Bemerode-Kronsberg und schreibender Schauspieler. Christian Berkel liest aus seinem neuen Buch. Außerdem habe ich die Sprecherin der Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Julia Willi-Hamburg, zu Gast im Studio. Wir sprechen über die rechtsextreme Terrororganisation Combat 18. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Ernährung spielt eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben. Aber wirklich ausführlich setzt man sich häufig nicht damit auseinander. Mehrere Ernährungsinitiativen wie der Ernährungsrat Hannover möchten daran jetzt etwas ändern und ein neues Bewusstsein schaffen. Um auf die Thematik aufmerksam zu machen, fand am Montag ein Nachbarschaftsfest in Bemerode-Kronsberg statt. Dort drehte sich alles um Nachhaltigkeit, regionale Produkte und ökologische Lebensform im urbanen Raum. Umgaben, Aussehen, Verändern, Selbstteil des Wandels sein. Unter diesem Motto stand am Montag das Nachbarschaftsfest in Kronsberg. Neben Musik- und Essensbuhnen stellen sich hier mehrere Initiativen aus dem Raum Hannover vor. So haben unter anderem der Ernährungsrat, das Eco-Village und die solidarische Landwirtschaft Hannover zu umfassenden Gesprächen eingeladen. Ziel der Veranstaltung, sich vernetzen und gemeinsam auf nachhaltigere Lebensformen aufmerksam machen. Der gemeinsame Nenntnis wirklich die Gemeinschaft. Man möchte halt etwas gemeinsam schaffen. Man möchte natürlich bezahlbaren Wohnraum, einen ökologisch gebauten Wohnraum ohne Schadstoffe. Und man möchte auch Regionalisierung. Also man möchte gerne selbst Auswirkungen darauf haben, wie die eigene Lebensumgebung aussieht. Ernährung und Wohnen sollen gemeinschaftlicher und ökologischer werden. Viele Lebensmittel werden nicht vor Ort produziert und sind mit einer hohen Belastung für die Umwelt verbunden. Der Ernährungsrat Hannover wurde vergangenen Herbst gegründet und setzt sich vor allem für eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der Nachbarschaft ein. Wir haben drei verschiedene Nachbarschaften. Wir wollen die regionale Vermarktung stärken. Wir wollen die Akteure der Lebensmittelproduktion einfach an den Tisch bringen und schauen, was wir zusammen machen können. Wir möchten gerne öffentliche Kantinen umstellen und wir rücken auch das Thema in den Fokus bei Bildungseinrichtungen, also Schulen und Kitas. Da machen wir auch sehr viel. Wie nachbarschaftliches Kochen aussehen könnte, kann man am Stand vom Supperclub bereits ausprobieren. Auch nachhaltige Bastelworkshops wurden vor Ort angeboten. Musikalisch begleitet wurde das Ganze unter anderem vom Sänger David Lübcke und dem Rapper Spex. Zu Gast war außerdem der amerikanische Nachhaltigkeitsaktivist Rob Greenfield. Mit extremen Aktionen macht der Medial auf Lebensmittelverschwendung und die Ausmaße von Verpackungsmüll aufmerksam. Ich besuche gerade viele Orte auf der Welt, um zu positiven Veränderungen zu inspirieren und aktuelle lokale Bewegungen zu unterstützen. Ich wurde eingeladen, weil viele tolle Menschen und Initiativen hier vor Ort wollten, dass ich meine Ideen teilen kann und laufende Projekte unterstütze. In seiner Rede lenkt er den Fokus insbesondere auf seine persönliche Entwicklung. Demnach habe er sich schrittweise für eine nachhaltigere Lebensweise entschieden und sein Konsumverhalten eingeschränkt. Selbst der Wandel seien, den man sich für diese Welt wünscht. Dafür müsste man nicht vom einen auf den anderen Tag sein ganzes Verhalten ändern, sondern beständig an kleineren Zielen arbeiten. Und wir kommen zu den Nachrichten des Tages mit einem Update zum Coronavirus. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem neuen Coronavirus infiziert haben, steigt weiter. Um die Ausbreitung des Virus in der Region Hannover zu verlangsamen, hat Regionspräsident Hauke Jagau heute neue Maßnahmen beschlossen und um 16 Uhr zum Pressegespräch geladen. Ziel ist es, dass wir zunächst bis zum 22.03. alle Veranstaltungen untersagen, die mehr als 1000 Personen haben und in geschlossenen Räumen stattfinden. Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir eine veränderte Situation auch in Hannover vorgefunden haben. Wir hatten bis zum gestrigen Tag tatsächlich sehr klar zuortbare Quellen. Insbesondere war das der Bezug aus Uetze, der dort feststellbar war. Wir haben jetzt mit dem heutigen Tag insgesamt 14 festgestellte bestätigte Infektionen. Und die Veränderung ist, dass diese unterschiedliche, wenn Sie so wollen, Quellherde haben. Allesamt kommen aus Urlauben aus Südtirol bzw. Italien. Und das führt eben auch zu der veränderten Erkenntnis, dass, weil im Moment immer mehr Menschen auch noch aus dem Urlaub zurückkommen, die Zuortbarkeit der Gefahrenlagen und der Gefahrenorte nicht mehr so möglich war, wie das für uns bis jetzt in der Einschätzung war, wo wir wussten, es gibt in der Tat im Wesentlichen diesen Herd und die Umstände in Uetze. Der mutmaßliche Mörder vom ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll Kontakte zur rechtsterroristischen Vereinigung Combat 18 gehabt haben. Combat heißt Kampf und 18 steht für die erste und achte Stelle im Alphabet. Die Initialen Adolf Hitlers. Die Gruppe ist nun verboten worden. Heute ist Julia Willi Hamburg von der Landtagsfraktion der Grünen zu Gast, um mit mir über die Kampftruppe Adolf Hitlers zu sprechen. Hallo Frau Hamburg, schön, dass Sie da sind. Combat 18 agiert international, hat oder hatte hier in Deutschland aber nur unter 100 Mitglieder. Warum ist oder war diese Vereinigung trotzdem so gefährlich? Die Vereinigung stammt ja aus dem Blood & Honor Umfeld. Die wurden ja bereits im Jahr 2000 verboten und die sind halt unglaublich vernetzt in die Rockerszene, in die kampfbereite Szene. Die Frage ist noch, ob wir überhaupt alle Mitglieder erfasst haben. Und die haben halt Terroranschläge geplant und gezielt auch Angriffe auf Institutionen in Deutschland. Und das hat sie so gefährlich gemacht. Ja, Combat 18 ist ja nicht die erste Vereinigung dieser Art, die hier in den letzten Jahrzehnten auf sich aufmerksam gemacht hat. Warum schafft es der Verfassungsschutz nicht, diese Organisationen einzudämmen? Das ist mir auch ein Rätsel, weil gerade Combat 18 ist halt eine Unterorganisation von Blood & Honor gewesen. Da leuchtet mir nicht ein, warum hat man die im Jahr 2000 nicht gleich mit verboten und warum hat man sie seit 2013 arbeiten lassen, obwohl Walter Lübcke dann als trauriger Höhepunkt erst dazu geführt hat, dass es verboten wurde. Also es ist mir unverständlich, dass sie da nicht hinschauen, ob das an der V-Leute-Praxis liegt, dass die eben doch nicht dem Verfassungsschutz alle Informationen geben oder ob sie da nicht genug Unterstützung und Strukturen haben, ist mir nicht klar. Aber sie hätten das alles erkennen müssen. Ja, Sie sprachen das Verbot eben schon an. Zwischen der Ankündigung des Verbots und der tatsächlichen Durchführung des Verbots lagen über sechs Monate Zeit. Warum hat das so lange gedauert und wo liegt die Gefahr, wenn solche Prozesse so lange dauern? Ein Verbotsverfahren muss halt sehr gründlich gemacht werden. Da wird das Bundesverfassungsgericht am Ende draufschauen. Deswegen ist das wichtig, alle Informationen zu sammeln und diese Informationen müssen öffentlich zugänglich sein. Das heißt, dass das ein halbes Jahr gedauert hat, ist verständlich. Das ist sogar relativ schnell. Das Problem ist, wie gesagt, dass seit 2013 diese Organisation Anschläge plant und erst 2019 überhaupt angefangen wurde zu handeln. Ja, was meinen Sie, inwieweit die Politik und die Gesellschaft genug tut gegen rechtsextremistische Vereinigungen? Es muss deutlich mehr passieren. Die Zivilgesellschaft muss gestärkt werden. Mobile Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus müssen gestärkt werden. Und natürlich müssen sich die Sicherheitsbehörden angesichts dieser starken Bedrohungslage komplett neu aufstellen und ihr Engagement da verstärken. Und es ist gut, dass Horst Seehofer angekündigt hat, dass er stärker in Verbotsverfahren gehen will. Dafür muss er aber die Szene auch in den Blick nehmen und konsequent auch ahnden. Und das geht halt nur, wenn er dort verstärkt personell. Wie schätzen Sie die Lage hier in Niedersachsen oder konkret in der Region Hannover ein? Wir haben sehr viele rechtsextremistische Gruppierungen. Und wir haben ja jetzt auch erlebt, dass in Uelzen einer dieser rechten Terrorgruppe Aktiven hochgenommen wurde. Das heißt, wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus, was wir nicht kleinreden dürfen. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit anderen Ländern, etwa Sachsen. Und trotzdem haben wir hier Strukturen, denen wir konsequent begegnen müssen. Gerade hier im Umfeld ehemaliges Besseres Hannover etwa ist in Hannover halt auch eine Bedrohungslage da, die man ernst nehmen muss. Ja, wie kann vielleicht jeder einzelne Bürger oder jede einzelne Bürgerin etwas tun gegen Rechtsextremismus? Man kann sich engagieren, etwa für die mobilen Beratungsstellen. Man kann in den Bündnissen gegen Rechts mitarbeiten. Denn es sind gerade oft Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem wachsamen Auge und ihrem Engagement dazu führen, dass extreme Rechte in der Region sichtbar gemacht wird und dann Politik und auch Sicherheitsbehörden handeln. Und vor dem Hintergrund kann man sich diesen Bündnissen wunderbar anschließen. Oder aber auch diese vielen Vereine, die ja schon arbeiten, die Recherchenetzwerke finanziell unterstützen. Denn die tun das oft ehrenamtlich. Und das wird oft vergessen. Ja, Ihre Fraktion im Landtag plant eine Unterrichtung über die Aufklärung und Wirkung von Combat 18 durch den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius. Was hat es da mit auf sich und was wollen Sie damit bewirken? Wir haben beim sogenannten NSU gesehen, dass Strukturen lange nicht aufgedeckt wurden. Und wir wollen mit unserer Unterrichtung dazu beitragen, zu erfahren, wo hat Combat 18 in Niedersachsen gewirkt? Wo gibt es Netzwerke, wo gibt es potenzielle Unterstützerinnen und Unterstützer, damit wir diesen dann begegnen können? Frau Willi Hamburg, vielen Dank für das Gespräch über rechtsterroristische Vereinigungen in Deutschland. Und wir kommen zum nächsten Thema. Viele kennen ihn als Bruno Schumann aus der ZDF-Serie Der Kriminalist. Daneben ist Schauspieler Christian Berkel aber auch für seine zahlreichen anderen Rollen bekannt. Jetzt schreibt er auch noch und hat gerade seinen Debütroman Der Apfelbaum veröffentlicht. Am Flughafen Hannover hat er daraus vorgelesen. Seda Wadar hat vor Ort mit ihm gesprochen. Der Apfelbaum. So heißt der Debütroman von Schauspieler Christian Berkel. Wirklich viel vom Inhalt verrät der Titel allerdings nicht. Es geht um eine junge Liebe während des Zweiten Weltkriegs. Er stammt aus einer rustikalen Arbeiterfamilie und sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. Aber die gemeinsame Zukunft gestaltet sich schwierig. Die Geschichte handelt von Flucht, Krieg und Schicksal. Für Christian Berkel hat der Roman allerdings eine noch tiefere Bedeutung. Und es geht darum, wie wir diese Lücken, mit denen wir aufgewachsen sind, alle, uns allen, wurde ein bisschen was erzählt, aber im Grunde genommen im Wesentlichen sehr viel verschwiegen. Und wir sind mit diesem Schweigen aufgewachsen. Und es ist eigentlich jetzt die Frage, wie wollen wir mit dieser Zeit umgehen? Nicht nur, was ist alles damals passiert, sondern wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Mit der Geschichte befasst sich Berkel auch mit seiner eigenen Familie. Die Reise der zwei Figuren ist nämlich keineswegs fiktiv. Die grundlegende Idee entstammt aus Erzählungen seiner Eltern. Ihr Kennenlernen ist der Ausgangspunkt des Buches. Ach, ja, wie dein Vater, da war es auch die Leber. Aber schon damals im Krieg, ganz plötzlich ist er umgefallen. Tot. Bei Karl war es ähnlich. Er hat deinen Vater im Krieg kennengelernt. Sie sind zusammen in Russland im Lager gewesen. Der Anstoß war mehr im Grunde genommen die eigene Ungewissheit der eigenen Identität. Also ich habe sehr früh als Kind von meinen jüdischen Wurzeln erfahren. Und das war aber immer so eine Mischmasch-Situation aus jüdischen Wurzeln, aus deutschen Wurzeln. Und ich habe immer diese Unklarheit auch in der Familie gespürt. Und es gab immer so dieses Bild, was viele Menschen haben, du musst irgendwo dazugehören. Du musst wissen, auf welchem Stuhl du am Ende sitzen willst oder kannst. Und ich habe immer gemerkt, dass mein Leben eben durchaus weder auf dem einen noch auf dem anderen Stuhl war, sondern eigentlich dazwischen. Und das ist ein bisschen die Suche nach dieser Identität oder auch die Ermunterung für andere, dass es mehr gibt als nur zwei Möglichkeiten im Leben. Die Suche nach der eigenen Identität, die eigene Familiengeschichte und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. All das verarbeitet der Schauspieler und Autor in seinem Buch. Trotzdem bleibt er der Schauspielerei treu und sieht in beiden Berufen Ähnlichkeiten. Es gibt eine Parallele vielleicht. Das ist die Ebene der Vorstellung. Also sowohl als Schauspieler als auch als Autor muss ich mich ja in die Situation und in die Figuren hineinversetzen können. Nur, dass es beim Schauspieler eben eine Figur ist und auch in der Regel nicht eine Figur, die er selber geschrieben hat. Und ich gehe also von einem fremden Text, einer fremden Situation aus und muss versuchen, aus diesen geschriebenen Figuren Menschen zu machen. Hier war der Weg tatsächlich ein umgekehrter. Ich hatte teilweise reale Vorbilder, reale Figuren, Menschen, aus denen ich Figuren machen musste. Das ist also eigentlich der umgekehrte Weg gewesen. Aber natürlich auch eine ganze Zeit einfangen und nicht nur eine Figur, sondern eben die ganze Welt dieser Figuren. Der Abfüllbaum gibt einen Einblick in Christian Berkels Familiengeschichte und seine Gedanken rund um die eigene Identität. Fest steht, nicht nur Fans des Schauspielers sollten einen Blick in seinen Debütroman werfen. Und zum Schluss gibt's wie immer noch einen kleinen Veranstaltungstipp für Sie. In Deutschland landen nach Schätzungen rund 13 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr im Müll. Die Verluste und Abfälle entstehen bei der Produktion der Lebensmittel, im Handel, in der Gastronomie und bis zu 60 Prozent bei uns Verbrauchern selbst. Um einen Beitrag zur positiven Veränderung unseres Alltags und unserer Gesellschaft zu leisten, wurde die Veranstaltung Herrenhausen X Change ins Leben gerufen. Die Auftaktveranstaltung Ursachen und Vermeidung von Lebensmittelverschwendung findet morgen im Schloss Herrenhausen statt. Einlass ist ab 18.15 Uhr, der Eintritt ist frei, die Kapazitäten allerdings begrenzt. Und das war's auch schon wieder mit 05.11. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Felix Krügel. Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten. Machen Sie's gut. Tschüss.